Ein nächster Punkt, dass du dir rechtschaffende Freunde aussuchst. Dass du nicht mit irgendjemandem zusammen bist. Ja, okay, du bist ein Muslim. Und ich komme jetzt zu den Beweisen. Aber du kennst auch dieses, und das werden wir auch gleich beweisen mit dem Hadith. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und lass uns von diesem Spruch, wir kommen zum Hadith von Rasulullah, Wahi, Offenbarung. So heißt es in der Überlieferung, liebe Geschwister. Bei Abu Dawud und Sheikh al-Albani, Rahimullah, sagt, dass sie Hassan ist. Diese Überlieferung ist von Abu Rehra, radiyallahu anh. Kala, Kala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Man hat die Religion seines engsten Freundes. Darum soll jeder schauen, mit wem man sich abgibt, wer sein Freund ist. Deswegen sagen wir, as Sahib, Sahib, derjenige, der dein Freund ist, erzieht dich auch. Und wie oft haben wir das gesagt, dass dieses natürlich, Yawmul Qiyama eine Blamage sein wird, für viele Leute. Schaut mal, subhanallah, Yawmul Qiyama, ein Maschad, ein Ereignis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, An diesem Tag wird sich ein Ungerichter in die Hand hereinbeißen. Das ist im Arabischen ein Ausdruck, das er bereuen wird. Er hat mich von der Ermahnung weggebracht, nachdem sie zu mir gekommen ist. Und subhanallah, bei wie vielen Leuten haben wir das gesehen? Die Ermahnung ist zu ihnen gekommen. Sie haben auch praktiziert. Aber dann sind sie wieder zurückgegangen. Zu Momo und zu Jojo. Und diese haben ihn dann weggerissen von seiner Praktisierung. Wo sehen wir diese Leute wieder? In der Shisha-Bar, in der Diskothek, an üblen Orten wie Schwimmbäder und so weiter und so fort. Dieses alles hat er eine Zeit lang nicht praktiziert. Warum ist er zu diesen schlechten Orten zurückgekehrt? Weil er auch zu seinen alten Freunden zurückgekehrt ist. Was sagt Allah azawajal? An dem Tag, Yawmul Qiyama, wird jemand sagen, Oh weh mir, pass auf, Hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen. Er hat mich von der Ermahnung weggebracht. Er wird nicht sagen, Ja Allah, Dieser Mann hat mir seine Schwester nicht zum Heiraten gegeben. Dieser Mann hat mir kein Geld gegeben. Nein, er sagt, Dieser Mann hat mich von der Ermahnung weggebracht. Das ist das, worum es geht, Yawmul Qiyama. Da geht es nicht um die Frau, um das Geld. Es geht um den schlechten Freund. Der hat ihn weggebracht. Warum? Weil dieser agiert wie ein Shaitan. Er liebt es, die Leute vom Guten abzuhalten und sie zum Schlechten zu bringen. Wie Shaitan. Das ist die Aufgabe von Shaitan. Und manche Menschen sind Shaitan. Nur im Körper von einem Menschen. Und das ist, was der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Sie haben die Herzen von Shaitan im Körper von einem Menschen. Und daher, liebe Geschwister, lasst uns dieses genau verstehen. Wenn du schlechte Freunde hast, dann wirst du Yawmul Qiyama keine Sicherheit haben. Höre, was Al-Hasan al-Bassi Rahimullah ta'ala sagte. Er sagte, Besser. Und das ist besser für dich, dass du Freunde hast, die dich in dieser Welt, in dieser Dunia, das Fürchten lehren. Wenn du etwas falsch machst, sagen sie, fürchte Allah. Übertreib nicht. Mach das nicht. Diese Freunde, sie lehren dir das Fürchten in der Dunia. Bedeutet vor Allah azza wa jall. Aber dann wirst du, was sagt Al-Hasan al-Bassi Rahimullah, dann wirst du Yawmul Qiyama Sicherheit haben. Weil du hier schon in der Dunia Allah gefürchtet hast. Und er sagte, das ist besser, als dass du Freunde hast. Besser heißt natürlich, diese Freunde darfst du nicht haben. Das ist besser, als dass du Freunde hast, die dir hier in der Dunia die Sicherheit versprechen. Komm, mach, passiert nichts. Wenn das wirklich so schlimm wäre, hättest du schon eine Strafe bekommen. Er gibt dir Sicherheit. Er gibt dir Amen. Bis du denkst, warum? Was soll passieren? Ich habe das tausendmal gemacht. Nichts ist passiert. Richtig. Weil Allah deine Sünden aufschiebt bis Yawmul Qiyama. Möge Allah uns befreuen. Er schiebt deine Sünden auf bis Yawmul Qiyama. Deswegen, diese Freunde geben dir Sicherheit in der Dunia, aber wenn du vor Allah stehst, stehst du voller Furcht. Subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, was für einen wunderschönen Satz Al-Hassan al-Basri rahimul Allah ta'ala hier diesbezüglich sagte, deswegen suche Freunde, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wo du weißt, sie werden auch mit dir diesen Weg beschreiten. Der Weg ist schwer, ja Achik. Glaube mir, Wallahi, der Weg ist schwer. Du siehst uns viel lachen und du siehst uns, dass wir hier äußerlich und dort Spaß haben. Richtig. Haben wir auch. Aber wir haben auch ganz andere Tage. Wir haben ganz andere Tage. Da reiten sie uns die Bude ein, da schikanieren sie uns an Flughäfen, da machen sie und machen sie. Aber, wenn man sich immer wieder zusammentrifft mit diesen Brüdern und einander stärkt, schau mal nur, dass du in die Moschee hereinkommst, du siehst den einen Koran lesen, den anderen Dickel machen. Einen, einen, einen. Das zeigt dir, diese Leute haben denselben Weg wie du. Diese Leute haben dasselbe Ziel wie du. Und gemeinsam seid ihr stärker. Und dann werdet ihr auch so einen Weg beschreiten, bis Allah subhanahu wa ta'ala euch, beiznillah ta'ala, in das Paradies eingehen lässt. Eine weitere Benimmregel, dass du versuchst, deinen Brüdern so gut wie möglich zu helfen. Nochmal, wenn ich sage Brüder, dann meine ich auch natürlich Schwester den Schwestern. Dieses, weil das eine gewaltige Belohnung darstellt. Viele Leute wissen nicht, was es bedeutet, seinem Bruder zu helfen. Aber das ist doch nicht schweres, einem Bruder zu helfen. Es ist nicht schweres, richtig. Aber höre, welche gewaltige Belohnung. So wird überliefert bei Ibn Abi Ad-Dunya rahimullah ta'ala und Sheikh al-Albani sagt in As-Saheha, dass diese Überlieferung authentisch ist. So sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala an amshia ma'a achin hi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi haza al-Masjid, yani Masjid al-Madina Shahrah. Er sagte, dass ich, dass ich einem Bruder bei einer Angelegenheit helfe, ihm das erleichtere, ist mir lieber, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ist mir lieber, als dass ich einen Monat in meiner Moschee, Masjid al-Nabawi, in Al-Madina, dass ich einen Monat I'tikaf mache. Ihr kennt I'tikaf, das ist, dass ein Muslim sich in den letzten 10 Tagen zurückzieht in der Moschee, liebe Geschwister. Eine beliebte Tag. Wann? Am Ende von den letzten 10 Tagen von Ramadan. Was denkt ihr, Damit er Laylatul Qadr Inshallah Ta'ala erreicht. Und diese 10 Tage sind nur mit Ibadah verbunden. Das heißt, man betet alle Gebete in der Moschee, man macht Zikr, man liest viel den Koran, man macht und macht und macht. Er sagt, dass ich einem Bruder bei einer Angelegenheit helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat I'tikaf in der Prophetenmoschee mache. Und noch ein Geheimtipp, ein Gebet in der Prophetenmoschee zählt wie vielfach? Tausendfach. Richtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lieber helfe ich einem Bruder, als dass ich einen Monat I'tikaf in dieser Moschee mache. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das heißt, versuche deinem Bruder zu helfen. Wenn du kannst, hilf ihm. Dass du nicht immer es schaffst, ist klar, aber versuche ihm zu helfen wie ihm, der Ta'ala.